Sie sind zuerst in ihr Meldesstadion an der legendären Hafenstraße. Hier lebt der Mythos RWE. Während wir vielleicht ein klein wenig zu früh schon unsere Kolographie ausbreiten, heißen wir sie alle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen im schönsten Stadion der Regionalliga Nord. Liebe Fußballprender, meine Damen und Herren, Lucas ist heute unser Maskottchen. Und er drückt unsere Mannschaft natürlich die Daumen. Wir sind kurz vor dem Anwurf und ich gebe Sie mal nach Ihrer Meinung Fragen. Haben Sie jetzt Lust? Lust auf die Aufstellung des VfL-Essner Brück? Wir gucken kurz drauf. Der VfL spielt heute Abend im Tor mit der Nummer 12 Alexander Kuschmann. Der Nummer 3 Santos de Brito Sidney. Nummer 4 Marco Trenow, 7 Niedersport, Nummer 8 Joe Engels, Nummer 9 Toni Witschewski, 10 Angelo 4, mit der Elf ist Herr Klaassen, 19 Kreml Hallert, 23 Arme Tannen, sowie der 27 Benjamin Schüßler. Der Trainer des VfL-Essner Brück ist Jürgen Gelsdorf. Liebe Essener Brücker, liebe Nicht-Essner, wir kommen nun zu dem, das den Lufus RWE ausmacht. Ich begrüße nach meinen Aller-Experten die Busten, die nonfesten Fans der Liga. Hier sind unsere alle, die Fans der Liga. Liebe Liebe Fans, ihr habt...